Kann ich aber noch mal neu machen, weil ich habe es leider zu spät kapiert, wie es geht. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und ich heiße dich herzlich willkommen zu Germany's Next Top Model. Und ich starte mit dir rein in den nächsten Tag, wo es zum ersten Fotoshooting geht. Herzlich willkommen im Fotoatelier. In diesem Atelier lernst du 10 Fotos zu machen, die benotet werden. Du befindest dich im Moment im Bildschirm Einstellungen. Hier kannst du das Dekor deiner Szene wählen, dein Model posieren lassen oder Einstellung an der Fotokamera vornehmen. Links von deinem Bildschirm kannst du die Art der Posen wählen, die dein Model einnehmen soll. Angelo, was ist los mit dir? Hast du Sprachprobleme heute? In dieser Liste kannst du das Setting wählen. Ma attenzione! Deine Wahl muss dem Thema des Monats entsprechen. Entsprechend sonst verlierst du Punkte. Rechts vom Bildschirm kannst du deine Kamera justieren. Du kannst deinen Farbfilter anwenden und den Bildeinstellungsmodus verändern. Querformat oder Portrait. Wenn du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, kannst du in den Fotomodus übergehen, indem du auf die Leertaste deiner Tastatur drückst. Mit der Leertaste kannst du jederzeit von einem Modus in den anderen wechseln. Wechseln. Gut, was brauche ich denn aber für einen Hintergrund? Dekor New York. Zum Fotografieren Leertaste drücken. Tokio. Das passt eigentlich auch nicht. Dschungel finde ich könnte schon passen. Wüste finde ich eigentlich auch. Wüste ist glaube ich, passt besser. Casino passt wieder nicht. Strand könnte auch passen. Ich nehme jetzt mal das und dann soll sie sitzen, mein Model. Dann machen wir so einen Filter. Hochformat und los. Hier bist du im Fotomodus und bereit, dein Model zu fotografieren. In meinem Beruf nennt man dies Fotoshooting. Zum Ändern der Kameraperspektive. Einfach die Maus bewegen. Mit den rechten und linken Pfeiltasten auf der Tastatur gehst du um das Model herum. Und um den Fotoapparat hoch und herunter zu lassen, einfach die Pfeiltasten... Auf und ab benutzen. Also Angelo kann leider nicht richtig reden. Es tut mir sehr leid, armer Angelo. Zum Vergrößern oder Verkleinern verwendest du das Mausrad. Wenn du dann eine Aufnahme machen willst... Auf die linke Maustaste drücken. Nach jedem Foto zeigt dein Miniaturbild die Art der Bildeinstellung an, damit du eine gute Note bekommst. Es gibt drei Möglichkeiten. Porträt, Brust... Oder Vollbild. Nach jedem Foto zeigt ein Miniaturbild die Art der Bildeinstellung an, damit du gute Note bekommst. Es gibt drei verschiedene. Porträt, Brust oder Vollbild. Von Zeit zu Zeit erscheint ein dreieckiges Symbol oben links im Sucher deines Fotoapparats. Dies bedeutet, dass sich das Model gerade bewegt und dein Foto verschwommen sein könnte. Dieses Symbol erscheint auch... Auch wenn du deinen Apparat bewegst. Insgesamt kannst du zehn Fotos pro Film machen. Wenn du den Film beendet hast, werfen wir einen Blick auf dein neues Book. Nun bist du dran. Ja, dann machen wir doch erstmal... Warte, ich kann das so... Ah ja, guck mal, das geht und so. Das ist ja ganz cool, da kann ich ein bisschen ranzoomen. So. Äh, nein, ich wollte doch ein Foto machen. Hallo? Bildeinstellung. Was bedeutet denn Bildeinstellung? Ich gehe mal zurück. Das könnte ja das sein, oder? Filtersättigung. Filter schwarz-weiß. Ohne Filter. Porträt. Querformat. Vielleicht ist der Hintergrund nicht richtig. Ich probiere einfach mal... Dschungel aus und guck mal, ob das geht. Da ist auch die Bildeinstellung nicht richtig. Warum? Jetzt ist sie richtig. Ah, guck mal, einen Stern habe ich bekommen. Warum ist da die Bildeinstellung nicht richtig? Verstehe ich nicht. Was mache ich denn falsch? Was ist denn daran falsch? Ich nehme mal, warte mal, eine andere Pose. So. So müsste es doch... Passt auch nicht. Hä, aber was mache ich? Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Was mache ich? Ah, ah, ich sehe da oben, ich soll... Ah, so. Und dann ist es richtig. Ach so. Und jetzt halt so ein Oberkörperbildding. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ach Gott, na manchmal bin ich aber auch recht. Du hast alle gewünschten Fotos gemacht. Sehen wir uns nun dein Book an. Na, das war nicht so toll. Gut. Du hast den Film beendet und befindest dich nun im Book. Hier kannst du deine Fotos ansehen. Indem du auf die Symbole klickst, wollte Angelo noch sagen. Du kannst aber auch dein Foto auf dem Arbeitsplatz deines Computers speichern, indem du auf die Schaltfläche Speichern klickst. Anschließend kannst du es dann an deine Freunde... ...dinnen schicken oder ausdrucken. Wenn du dein Book angesehen hast, auf die Schaltfläche bestätigen klicken und du... Kommst zum Ergebnis schon. Okay, zeig mal. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das kann ich wegwerfen. Ja. Das finde ich ganz gut. Das ist auch ganz schön, ne? Das ist auch eigentlich gut. Oh, das hier ist leider oben ein bisschen abgeschnitten. Hm, ja. Kann ich aber noch mal neu machen, weil ich habe es leider zu spät kapiert, wie es geht. Das ist blöd. Das war irgendwie nicht so schlau. Ja, ist egal. Ähm, das finde ich aber ganz gut. Das ist auch okay. Ja, die lasse ich mal. Okay. Nein. Ähm, bestätigen. Bravo! Du hast gerade deine erste Fotosession beendet. Na, hurra! Wir sehen uns nun dein Ergebnis an. Na, das kann natürlich nicht so toll sein, das Ergebnis, weil ich war schlecht. Hier ist deine Note für diese Session. Sie dient auch zur Erstellung deines Durchschnitts im Fach Foto. Wie in allen anderen Ateliers hast du auch hier Tokens erhalt, mit denen... Mit denen du neue Gegenstände kaufen kannst. Alles klar? So, dann gleich mal speichern. So, und dann könnte ich... Oh Gott, den fotografieren. Ich war nicht so gut, leider. Oh je, ich habe das nicht verstanden. Ich bin so ein Hohlkopf. Aber ich kann ja hier mal fotografieren reinmachen. Jetzt habe ich es ja verstanden. Dann hier nochmal Design. Aber vielleicht sollte ich... So, und Make-up. Dann könnte ich Donnerstag shoppen. Und Freitag Bibliothek. Okay, ich beginne mal den nächsten Tag. Ab in die Bibliothek. Herzlich willkommen im Atelier Bibliothek. Wir sehen uns nun gemeinsam die Welt der Mode an. Besuche mich in meinem Büro. Ich stelle dir ein paar Fragen, auf die du antworten musst. Wenn du richtig antwortest, erhältst du neue Kleidungsstücke im Designer-Atelier. Heute könnt ihr die Sperre für die Kleider im Designer-Atelier aufheben. Langärmliches T-Shirt mit tunesischem Kragen. Tunesischem. So, guten Tag. Was muss ich machen? Seid ihr bereit? Achso, beim nächsten Test stelle ich euch diese vier Fragen. Welches Volk stellte als erstes Seide her? Woher kommt die Faser, die man Baumwolle nennt? Aus welcher Sprache kommt das Wort Baumwolle? Aus welchem tierischem Protein besteht Wolle? Nein, nein, ich bin noch nicht bereit. Ihr müsst nun das Regal suchen, das dem Thema der gestellten Fragen entspricht. Es gibt vier Themen. Textilien, Herstellungstechniken, Einflüsse und Geschichte der Bekleidung. Okay. Wenn ihr vor einem Regal steht, drückt die Leertaste, um die darin enthaltenen Werke zu lesen. In ihnen könnt ihr alle notwendigen Informationen finden. Ähm, achso, ich muss mal gucken. Ähm, dreh dich mal rum und dann gucke ich mal Stoffe. Baumwolle. Wie mache ich das jetzt hier? Kunstfaserwolle. Kann ich das mit dem Tasten? Nein. Ich kann leider Baumwolle gar nicht aussuchen. Achso, wenn du auf diese Schaltfläche klickst, findest du die Fragen von Herrn McAllister wieder. Wenn du alle Bücher gelesen hast, kannst du auf Verlassen gehen. Anschließend kannst du das Büro besuchen. Okay, Baumwolle. Die Baumwolle. Der Begriff kommt aus dem arabischen Kutun. Siehst du, das ist schon eine der Fragen, ne? Hm, aus welcher Sprache? Aus dem arabischen. Also, einem Strauch aus der Familie der Malvengewächse in den Tropen. Nach seiner Blüte entstehen Samen, die dann die seidige Faser, die Samenhaare herstellen. Es ist wahrscheinlich, dass die Ägypter sie bereits zwölf Jahrhunderte vor unserem Zeitalter benutzt haben. Die ersten Aufzeichnungen ordnen sie Indien zu, und zwar um das dritte Jahrhundert vor unserer Zeit. Ich glaube, das war auch. Welches, ach nee, welches stellte als erstes Seide her? Baumwolle wissen wir, das ist aus dem arabischen Kutun oder so, ne? Woher kommt die Faser, die man Baumwolle nennt? Und Baumwolle wollte sich, wurde schon immer mit anderen Phasen sich mischen. Green Garn zum Beispiel, ein Karo-Stoff aus Indien. Es ist ein üblicher und preiswerter Stoff. Und dann gibt es hier noch ganz viel zu lesen, aber ich glaube, hier bei den Stoffen mache ich dann in der nächsten Folge weiter. Ich danke dir jetzt an dieser Stelle sehr fürs Zuschauen und sag bis nächstes Mal, ciao, ciao, deine Damakasch.